Herzlich Willkommen im heutigen Stream! So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir heute spielen. Wir sind mittlerweile oder ich bin mittlerweile Level 27. Das heißt, wir könnten Ranked spielen, aber ich sage mal nicht gleich als erstes Spiel am Tag. Hätte ich jetzt mal gesagt, wir brauchen Uni, wir haben alle. Wird zurück, ist jetzt in zwei Tagen. Cool, dann können wir das wieder machen. Hier gibt es noch Belohnungen. Ich weiß nicht, ob man da extra noch mal Belohnungen bekommt. Also ich bin ein bisschen Schneeballschlacht, würde ich sagen. Und solange das ein Game sucht, poste ich mal, dass ich Streamer auf meinen öffentlichen, nicht öffentlichen Kanälen, auf meinen Social Media Kanälen. So, schauen wir doch mal, ob das hier jetzt brauchbar funktioniert. Das Thumbnail ist natürlich sehr lustig. So, wenn wir noch rumklicken. Aber es lädt eh. Ja, ich möchte gerne auf einer Seite posten, die ich verwalte. Und ich würde die doch gerne auswählen. Ah, jetzt. So. 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 Guck mal, ob das klappt. Und auf Twitter. Kann ich das irgendwie? Ja. Das ist doch Game Game 5, dieser Stream. Irgendwie dauert das Suchen und diesmal sehr lange. Aber na gut. Was soll's? Oh, mein Tweet wurde veröffentlicht. Das ist ja schick. So, was haben wir noch? Google Plus. Posten. So. Mehr Social Media habe ich gerade gar nicht. Instagram habe ich noch gar nicht eröffnet. Aber es kommt irgendwann noch. Und es sucht immer noch. Wollen die Leute gerade nicht spielen? Oder was ist los? Hätte ich das gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich euch das erspart. Aber gut. Es ist gerade ja noch kein Zuschauer da. Außer mir selbst. Oh, es geht los. Aber alle anderen können ja müssen. Es gibt ein bisschen. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, wir sind die. Die Vorwärmung ist so geil. Dann hat man nur einen Schuss. Wenn mein Tod ist, ist mein Tod. So, wie war das? Das war Schaden blockieren und... Ich hoffe... Ah, hier ist noch. So, jetzt hoffe ich kommt hier keiner. Wunderbar. Mist. Jetzt kriege ich dich. Nein, Mist. Ich hätte es abbrechen müssen. Oh, ich bin schon tot. Aber na gut. Ist ja eine lustige Schnipperschlacht. Ja. Ich war zu einfaches Ziel. Ein viel zu einfaches Ziel. Oh, ein Feuerwehrmann. Ich bin schon. Oh. Ja, guck mal den anderen zu. So. Kugelig, ja. Irgendwann kriege ich dich. hahaha Aargh Hätte ich nicht einfach abschießen können Schon geschossen? Der hat noch einen Schuss, oder? Oh, da liegt der Schnee. Genau. Zusammenreißen. Hey, wie soll ein Krach machen hinter mir? Oh, schade. Oh, da kann ich ja direkt hier. Oh, da gibt es jemand. Schade. Nein. Ich bin zu lange in eine Richtung gelaufen. Warum bin ich der Einzige übrig geblieben? Hey, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Bleiben wir in der Basis. Eins. Aufdrücken. Schau dich das mal an. Ich habe keine Erkältung. Ich habe Munizierung. Jetzt kriege ich dich. Fuck. Ey. Vor allem ist es so richtig schön geblockt, mein Schuss, ey. Naja, das war dumm, dann einfach hinzulaufen. Das war... Oh ja, okay, es ist schön. Hinter dir. Hinter dir. Wir haben alle keinen Schnee mehr. Wir haben alle keinen Schnee. Oh. Oh, die kann der Glück. Kann man eigentlich auch irgendwie in den rein? Ach, sind noch zwei üblich. Auf drei Stuhl liegt es an Ihnen, Soldat. Oh nein, jetzt liegt alles an mir. Ja, komm. Hm. Hm. Schade. Hm. Highlight ist spiel. Highlight. Ei, ei, ei. Ah ja, mit Ulti. Ulti ist geil, ja. Wie lange der braucht, um nichts zu schießen? Zwei, dreimal dahinter. Hinter den Gegner. Ei, ei, ei. Ich danke euch allen. Der Düsseldorf. Der kommt nicht aus Düsseldorf. Der kommt aus Düsseldorf. Alles Düssel. Schön. Ah, eine Eliminierung. Da kriegt man eine Silbermedaille vor. So. Sieben abgefeuerte Schüsse, eine Eliminierung und 14% Trefferquote. Kommt das hin? Ah, doch. Man muss ja richtig oft treffen für eine hohe Trefferquote. So, das war's. Ich hab keine Belohnung bekommen. Ich spiele mal was anderes. Schnellsuche. Mal schnell so bespielen. Dann vielleicht ein Ranked oder so, wenn ich Lust habe. Mal gucken, wie gut es läuft. Das ist immer so, man denkt, war jetzt wirklich gut, jetzt läuft es gut und dann spielen wir Ranked und BÄM. Ohohohoho. Aber ich hab noch kein Ranked in Overwatch gespielt. Ich hab da nur Erfahrung in LOL. LOL. Wie bitte? Wer hat den gleichen Stuhl wie ich? Der Streamer? Oder ein YouTuber? Oh, ein anderes Mikrofon. Oh, ich bin ja direkt. Ja. Halte durch. Halte die Frachtoff. Ja, was, was? Jetzt verliere ich das Game gerade als ich gejoint bin. What the fuck? Boah, bin ich tot? Was? Was war das? Hat der mich erwischt? Jetzt sehe ich das nicht ordentlich. Eigentlich dachte ich, ich wäre schon hinter der Wand gewesen. Oh ja, der hat etwas den gleichen nicht. Ist sie ja den gleichen Stuhl wie? Moment, nur mit rot. Roter Stuhl. Der scharf sich schon. Hm? Meiner ist neu. Kann sein. Ein USB-Stick drin stecken? Nee, SD-Karten-Lesegerät. SD-Karten-Lesegerät. Ja gut, meinetwegen. Das brauchen wir so oft? Ja. Für Kameras? Hm, man könnte auch einfach die SD-Karte die Kamera mit dem USB anschließen. Je nachdem, wie schnell sie ist. Ich will gar nicht mit dem Team fortfahren, wo ich gerade verloren habe. So ein Käse. Da lief welches Game kurz bevor sie verlieren, ey. Und dann komme ich in so ein Game rein. Und da haben wir was gefunden. Ach, diesmal ist wieder so ein komplett gestattetes Spiel. Und schon wieder einer Smash verlassen, ist es doch. Ja, wieder einer beigetreten. Hm, ich hoffe, dass das jetzt nicht... Ah, okay. Da wurde welche. Wieder jemand dem Match zugeteilt. Wir brauchen Verteidigungspositionen. Und... Zum Verteidigen ist bringt es mir immer ganz gut, den Bastion zu haben. Das ist ja lustig. Da kriege ich mehr geblockten Schaden. Ja, es ist auch die Leute. Werteidigen. Werteidigen. Zwei, eins. Angreifer nähern sich. Zwei. 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 hast du dir gechillt aufladen das ist ja irgendwo in den hälften ja schön doch der ist tot hat keiner den scharfschützenblatt gemacht haben Dein Schwein ist so zerwischen, ey. Party! Nichts umkämpft. Mist, ey, kann ich ja alles verteidigen, von hinten und tralala. Mann, 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 Mann. Ah, der hat heute gezogen. Aber Doppeltötung, wie auch immer, wahrscheinlich einmal Hammer drauf und los geht's. Mist, war doch einer drin bei uns? Oh. Hab ich ihn denn überhaupt nicht gesehen? Ich wusste, dass hinter mir ist, ey. Mann, 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 Mann. Hä? Was er ist ja returns? Ach, nicht mehr? Mist, nein. Dies! Mach das F500-SW, Mann! Es. vem! wir sehen ein großes das ist schön ich suche aber was anderes das möchte man auch hier ist eins wunderbar ich kann merken wo diese ganzen dinge sind nein da war noch einer war klar wenn ich zu beiden gegenden rein renne also ja auch was da wichtig so herzlich willkommen im stream wer auch immer mein zuschauer ist meine fähigkeit nicht nutzen das ist ja scheiße ist erkennt sie es nicht mal ab ausschauen können man die ich hätte dann ich hätte mir das leben unglaublich sie da das ulti rein nein ist man ja mein schild weggeballert kommen verteidigt es kommen ja 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 und gewonnen so viel damage von den kickern war das unsere ja die eine hat sie nicht erwischt die die uns übelst selbst schoss anlagen sieben kills mit selbst schoss anlagen das sind mehr als 50 prozent der rücke ist es krass lustig lustig so dann machen wir mal gegenrunde spielen gegenrunde spielen ok und danach würde ich vielleicht mal so an den renken denken so jetzt greifen wir an so nehmen wir da was jetzt viele raus und rein oder selbst werbung machen wo auch sonst scharf schütze scharf schütze doch nicht der gerechtigkeit wird gemütlich getan werden report for spam was steht hier noch untätig rum da schreit jemand nach der abheibung der schauplatz eines meiner brillantesten werke anwesend jetzt sind in 30 Sekunden um ein potter der kärle wir werden unsere missionen ich weiß gar nicht ob für den kampfersatz eine werbung direkt wenn man das so oh nice 321 zeitlich super lustig auch da oben überall da das geschütz hinstellung das ist aber schön durch nein Ich weiß nicht, wie der passiert. Was hat mich angehalten? Ich werde niemals aufgeben. Ich bin über irgendwas gestolpert. Oder ich wurde eingeschläpert. Das kann natürlich auch sein. Na, die Gegner müssen hier sehr gut zusammen. Das muss ich schon sagen. Was? Der Damage von dem, ey. Oh, der Schwede. Krass. Das werde ich morgen früh ganz bisschen spät. Wir müssen mal was machen. Warum? Ich bin so schnell tot, ey. Ja. Ich habe zwei getötet. Ich habe zwei getötet. Ich habe zwei getötet. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich habe zwei getötet. Super. Wie. Wunderbar. Oh, oh. Ich rate die Fahrt! Geschwunzmann-Fairt! Der Reumau-Wittgen ist jetzt. Der Reumau-Wittgen ist jetzt. Jetzt gibt es eine Aktivierung. Mein Karmus ist langsam langsam auf die Schadensmülle. Die Bescheidung ist nah! Ja, ich weiß nicht, wie bei der Wettbewerb. Die Wettbewerb ist ja ganz gut. Der Reumau-Wittgen ist ja ganz gut. Ja, das ist ja schön. Oh, Mist. Ja, der noch. Ah, super. Super. Oh, wir haben nur noch eine Minute Zeit, nur noch. Das ist sehr schlecht für uns. Aber? Das war die Fracht weiterkriegen. Das ist das Wichtigste. Die anderen machen die Gegner tot, das ist super. Ich transportiere die Fracht. Was ist denn das jetzt hier? What? Von allen Seiten. Aber die Fracht ist kurz vorzielen. Kurz vorzielen. Da bin ich verdammt overpowered. Scharfschöpfe. Zeit, Wachstum. Komm, den kriegt ihr doch mal weg da. Wir wonnen. Wir wonnen. Läuft doch. Richtig schön Chaos machen und dann läuft das auch. Das war ein Gegner, glaube ich. Ja. Warum einfach da wurde er so. Oh, das ist der Mensch reingedrückt, ey. Wie auch immer der das da gemacht hat. Oh, das hört sich nach Facebook an. Sollte ich vielleicht noch ausmachen. Das sollte ich vielleicht noch ausmachen. Wie kann man den Ton ausmachen bei Facebook? Dann kommt das komplette Tab zu. Das geht auch. Muss ich noch was wählen? Ich habe noch Zeit. Ich habe ja noch Zeit. So. Gerechtigkeit wird genügend an mir. Achso, ich schreibe gerade. Jetzt bin ich bei Celle im Team. Eigentlich müsste ich hier Bastion spielen. Muss Bastion da ist Bastion. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Denn man kann sich so richtig... Gut, man kann sich auch mit dem anderen schön auf das Ding stellen. Schön auf das fahrende Teil stellen. Dann bewegt man sich nämlich. Das ist schwieriger für die Gegner zu treffen. Man kann einfach nur... So ist hier noch kein Gegner. Jetzt stell dich vor mich. Oh nein, ich treffe nicht. Okay, nachladen. Okay. Keilaufers tot. Einen Tüppel. Jawohl. Jawohl. Erdhage tot. Das ist nämlich das richtig Geile als Bastion. Man kriegt das... Ist zwar auch ein leichtes Ziel dafür, aber man kriegt die... Pallya perfekt tot im Normalfall. Und das hilft dem eigenen Team halt ungemein. Der Champ weg ist. Jetzt gucke ich gar nicht hinterher hier. Ich hätte mich auch selber heilen können irgendwo, aber... Oh Mist. Macht ja jetzt Schaden. Aber natürlich auch für mich, ey. Ich würde halt erst den Scharfschützen beschießen, dass der mich nicht beschießt. Darauf liegt. Was soll's? Was soll's? Ja, das ist fast am ersten Zielpunkt. Richtig gut. Nee, nice. Schon wie da, da oben irgendwo. Oh, halb gekillt. Oh, wenn auch mit der normalen Sache. Warum, ey. Ich bin gerade im Ziel vorne. Und werde sofort von Pallya beschossen. Das kann noch nicht wahr sein. Mein ultimativer Angriff ist bereit. Wunderbar. Das ist schön im Ulti. Ich hab's gesehen, oder war das ein Scharf? Oh. Super. Ich bin schlecht mitziehen. Ich bin schlecht mitziehen. Ich war es ein. Ich bin da erwischt. Ach, der Typ. Nee, die. Ich bin genau ins Ziel reingelaufen. Aber ich hab Ulti. Das ist natürlich gegen das. Ich muss erst, bevor ich Ulti ziehe, erst die in der Luft ausschalten. Ich hab's getroffen. Oh, ey. Jetzt wird hier. Hätte ich vielleicht auch ein Stück vorlaufen sollen. Ich hab was getroffen. Ich hab was getroffen. Ich bin buggy. 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 Irgendwas trifft mich hier permanent, ey. Ich bin buggy. Perfekt. Perfekt. Ich sehe das. Oh, ist er. Nein! Hätte ich jetzt wissen müssen. Der war gut gezielt, ey. Oder einfach noch. Oh, dankeschön. Die Fracht ist in Bewegung. Sieht wie er war hier. Geht die Tür zu, auch gut. Habe ich laufen noch? Oh nein, schade. Auch lustig gewesen. Nein! Das darf nicht was sein. Von dem Support abgeschossen. Nein, der hat... Ich habe so wenig Leben gehabt, ey. Okay. Hab zwei gekillt. Geht immer noch rum, ey. Los, macht mal was. Nein, nee. Das sieht ja genau in dem Moment, wie er... Ich hätte, als ich ihn gesehen habe, umschalten müssen auf... auf Megaschutz und dann... einfach nur schön... schön wegziehen. Aber nein. Das sieht schlecht aus für unser Team. Sehr schlecht. Das ist immer noch da. Das sieht auch schlecht für mich aus, wenn ich da weiter stehe. Oh nein, ey. Überall in allen Ecken, ey. Unglaublich. Ah, der hat mich auch gesehen durch die... Durch die Ulti. Ich habe schon... Wie kann die mich gesehen, ey? Oh, ja. Naja, der mit dem Schützen war recht gut dabei. ja was schon auf attack ist und kann nicht funktionieren muss es kommt halt drauf an den habe ich gar nicht mitbekommen dass die den hatten groß naja ich muss irgendwo drücken naja so lala am anfang hat es ganz gut funktioniert aber dann irgendwie an dem einen punkt wo so übelst verwinkelt war spiel ich halt bastion auf verteidigung das kann man auch machen beziehungsweise den hier die route 66 kampfbereit los zeit lauf schneller 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 läuft irgendwie nicht schneller ist ja auch zeit was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen jobs immer dieser vater ja ich will diese warterei genau so erstmal gegrüßt angreifer in 30 sekunden erwartet darauf hat er sein geschütz aufgespürt ich habe große pläne mit ich habe große pläne mit ich habe große pläne mit das ist schönes leben gesnackt ich bin ja mein geschütz weg selbst rüstung wir laufen muss ja das war auch der grund warum wir dann am anfang weit gut vorwärts gekommen sind und dann irgendwann nicht mehr und nein hinter mir kann ich ja nicht sehen das einzige dort und einsatzbereit ich habe große pläne mit ich habe große pläne mit Weil versucht der eine mit dem Tank-Dings ihn auf die Empfangung zu erwischen, dann muss ich näher ran. Sehr witzig. Vielleicht muss ich denn noch laufen. Nicht genug Schrott. Doch dieses Potenzial. Was? Ach, denn auch mein Geschütz. Sowas kann ich immer gemacht. Verdammt. Hättet mich, ey. Gehackt, ja. Gehackt, ja. Oh Mann, ey. Er hat mich gesehen. So leicht. Ja, okay. Ich dachte, er ist mit von der Zeit. Ja, mein Schütz steht noch. Das ist super. Hey, hey, hey. Mann, ey. alles vergeht hätte ich auch hauen können nicht so heftig trifft dem kopf krass und die schütze ich da auch noch ich bin bereit den wolf zu entfesseln ja 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 Jetzt wird passiv! Angegriff! Stopp! Stopp! Spassiva! Noch 16 Sekunden! Stopp! Ah! Ah! Da kann ich natürlich keine... Dingsnutz-Wabi! Wo muss ich denn da reingehen? Okay, der hat jetzt hier wohl Dinge und... Ich hab mich schon gewundert... Ich hab mich schon gewundert... Alter, Alter! Yeah! Ich bin bereit! Oh! Gibt es Potenzial? Dann komm schon mal! Oh! Hier! Siehenspinkle! Voraus! Mein Geschütz! Anregung, keiner vorbeif. Regen wir los. Geh an! Zeig ihnen aus welchem Stein bist. Hm! Neh! Nehmt die Rüstung! Nett! Nein, hin und... Das ist natürlich super, wenn ich in Deckung gehe und da einer steht. Super geil. Super geil. Noch 60 Sekunden. Komm, das kann ja nicht so schwer sein. Wer war das? War ich das? Nein, nein. Wie war das? Ah, der hat mich auch gar nicht geschossen. Ich wundere, dass ich so schnell hinkam. Mein Geschütz ist da und macht Arbeit. Wir haben keine Zeit mehr. Lassen keinen vorwand. Hier gibt es ein Gewalt. Hier gibt es noch ein Gewalt. Eine ganze Arbeit kann aus dem Sonntag. Durchscheiß. Ich hab den gerade in seinem... Ne, es war ne andere Woche. Ich bin so lustiger Pinker mit pinken Skin, ey. Ja, Highlight des Spiels war ich. Haha. Oh. Bess? 3 goldmedaillen cool nicht so nett eigentlich würde ich ja mal ranket spielen oder so was macht auch so fun hollywood was nehmen wir denn da das müssen angreifen ach ja raketen keine heiler ich beschütze die unschuldigen mich auch weg ist ja krass die angriffsphase beginnt in 30 sekunden ein disziplinierter geist so kann ich noch irgendwas schreiben ja das weiß ich schon das ist eigentlich noch ein zweiter oberen ausgang ziele ausgeschaltet Nein, ey, die hat, wie wenig Leben die hat. Die hätte ich einfach umkippen können. Von Damage her nicht gereicht. Er ist gut. Oh, oh. Ich dachte, das wäre Ging's gewesen Eingefroren Ich kann mal ganz chill von oben und drauf schießen Das ist eure gerechte Strafe Feuer und Klappen Ich kann mal ganz chill von oben und drauf schießen Mist, hätte ich mit Schiff rausgemusst Mist, Mist Ja, von da Das ist schon lustig Oder? Ja, das hat mich getötet Nein, was war Was war denn das schon wieder? Der Hat er hier so'n Was ist denn für einen Lackert, ey Ich bin wieder im Eis Beschütze die Fracht Meine Kriege, wir erwarten den Feind Der Rewind, der Witter Feuer frei Auf Jetzt wird schnappst Jetzt gibt es eine Abkühlung. Mist. Der ist ja hochgefahren zu mir. Ah, der hat genau in dem Moment hochgeschossen, wo ich Ulti gemacht habe. Oh, hier komme ich nicht drüber. Was ist das? Was? Ich bin eh noch gar nicht verwendet. Ich bewege die Fracht. Ich muss mein Altiment noch nachladen. Ich bin eh noch gar nicht verwendet. Das ist ja lustig. Sehr schöner Kill, ey. Wie viele Kicker muss ich denn noch killen? Müssen wir mal weiterkommen. Die Fracht ist in Bewegung. Wir müssen sie beschützen. Nein! Nein! Der hat mich... Wie hat denn der mich erwischt? In der Luft? Der ein Schwein. Ich gehe ja gut. Los, macht was. Leute, die Fracht muss bewegt werden. Ich habe einen gewaltigen Schock gefasst. Alles gut bei dir? Was? Ein Zeh ist gebrochen. Ein Zeh ist gebrochen. Ein Zeh ist gebrochen. Ich muss die Roten abschießen. Ja, wunderbar. Nein, es war keiner mehr da... Hä? Wieso? Die waren doch am... Ja, die waren doch am Punkt. Jetzt kann ich mir nochmal angucken, ja. Achso, das Verlängerungsding, das geht dann immer schneller runter. 30 Prozent des Teamschadens habe ich gemacht und ich habe nicht mal so viel getroffen. die hat 15 kills mit selbstschussanlagen machte hat er ja da war gar nicht so schlecht unserem team ich glaube das war der wo der andere von uns gefragt warum den im offensiv gut spielen wir die wieder und ich mache die mal kurz für kleine königstiger so machen ich beschütze die unschuldigen es geht bestimmt schon los auf geht's auf geht's ich bin zu spät ist auch so ein lustiges hochfahrt ding aber ich kann über die dächer gehen ich hoffe das geht alle systeme ok bereit für den kampf nicht nur aussehen hey alles klar nein 5 4 3 2 1 angreifer nähern sich verteidigen sie zirkung ab auch ja 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 hinter uns da oben Ich bin mich aber gut getroffen. Ich bin auch gerade ein bisschen entfallen, glaube ich. Oder bin ich gerade rumgeschwebt? So bin ich gelegen. Raptorasystem hochgefahren. Hallo, was machst du hier? Geh zu den Gegnern. Oh, die kleine Hackerin. Das ist eure gerechte Strafe. Ah, ich werde vielleicht noch viel aufspauen sollen. Für niemanden kommt der Jäger. Empfänger aufgestellt. Mein Ultimate. Oh nein, was? What? Habe ich mich selbst getötet gerade? Moment, kann ich mir selber Schaden machen? Oh. Das wusste ich nicht. Hotter. Dann sollte ich doch etwas mehr aufpassen. Ich bin erschreckt. Ich rutschte mal diesen Scheißdingern ab, ey. Oh nein. Ich habe mich getroffen, ey. Wie gut er mich trifft, ey. Also, da gewesen. Beb, Beb, sofort wieder auf mich drauf, ey. Wenn er weiß, wo ich bin. Jetzt gibt es eine Abkühlung Nein Gar noch nicht mit mir gerupft, ey Und gewonnen Wunderbar, oh das ist schön, hallo Andreas, willkommen im Stream, du darfst auch gerne im Chat Hallo sagen, dann weiß ich, dass jemand da ist Wie bitte? Was hat du? Hallo Ja, vielleicht sollte ich mehr aufpassen Oh ja Oh ja, da kriegt er noch Da im Team bleiben Das Team fortfahren Wer, wer war denn das? Der Minak Ähm doch, ich sehe das zwei Zuschauer und einer davon bin ich Weil ich mir, ja weil ich selber ja gucke wie das Stream läuft Um, um Probleme zu erkennen und ein Das ist kein Random So Wir haben eine Lootbox, machen die schnell auf, bevor wir dem Team beigetreten sind Eine Winterlootbox und 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 Keine Skins, aber Credits 50 Super Was haben wir da? Willkommen in meiner Realität Okay, rüsten wir den aus Baumschmuck Spray Der Tod hat sechs Kanonen Super Keine weiteren Lootboxen Schade, schade Highlights Hollywood Ein eigenes Highlight Ein eigenes Highlight Wieso? Ja Ja Nein Im Prinzip von dem Spiel ist es, dass wir die Die zwei Punkte, die da waren A und B B werden später kommen Eine ganze Weile verteidigen Ähm Weil ich habe ja noch ein Teammitglieder Die das natürlich auch machen Was heißt, wenn ich tot bin, verteidigen die das weiter Und die Zeit läuft halt ab Und wenn die Zeit abgelaufen ist Jetzt hat das Team was verteidigt gewonnen Womens Vorher Die anderen schaffen Die Angreifer Wovor die Zeit abgelaufen ist Dann haben die gewonnen So Was spielen wir? Oh, wir haben jetzt ganz viele im Team Also das heißt von dem vorherigen Wir suchen momentan nach mitspielern So Was stöhnt denn hier so rum, ey So Hier den Den Disco Typen Ich bin mal ein bisschen Disco Typ Los geht's Lasst uns gemeinsam was reißen Hier wird gleich laut Und das war es schon Oh ja Verlass Übungsgefecht um Match beizudrücken Ja Die Russin Gibt man ja auch dazu was zu sagen? Gut, äh Wann spielen wir denn? Meine Raketen Meine Raketenfrau ist weg Ähm Affe spielen? Ein Affenwissenschaftler? Ne Wir greifen an Hm Wäre glaube ich Das ist ganz gut Ich bin wieder Reinhardt Den lustigen Bayer Guck mal unser Trophäe Ja Reinhardt Wenn man die dann lustig rum Äh Rumschlagen kann Man kann ja auch die Das Zeug kaputt machen Das ist schon kaputt Äh Hier dann weiß ich Hier kann man die Stühle abräumen Da geht irgendwie nicht kaputt Warum? Weil man, weil man nichts zu tun hat Können die Erde drehen lassen? Digital Also so muss das eigentlich sein Hier ne So in, in, in Bibliotheken Was heißt Japan? Ah Das kann sein Das kann sein Das da Könnte sein Ja Hinkommen Warte mal Da ist, da ist Da oben sind wir Europa Dann ist das auch Japan Ja Ja das ist ja so ein riesen Flatschen Hier das ist Das ist man nicht gewöhnt Die Karte sieht man Eigentlich immer ja von weiter unten Genauso Aber ich sollte vielleicht hier Etwas mehr Hier Ja der Stream hat ungefähr 10, 20 Sekunden Verzögerung Da ist ja Da ist ja Da 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 Nein Vorher vorbei Auf den nehmen wir an den Punkt ein Oh nein Der Stand hinter mich Was hat die Gegner Gerade Wie willst Zurück Dadurch dass ich den Punkt Eingenommen habe Weil da mussten sie ja hin Und mein Team konnten natürlich Gut vorrücken Wenn ich gestorben bin Aber naja was sonst Gut So da da ist ein Gegner Toter Gegner Gegner sind weit weg Das ist schon mal gut für uns Ich werde den Punkt annehmen Versuch doch mich aufzweiten Wunderbar Weiter geht's zum nächsten Da hüpfen sie rum Ich glaube wir gehen mal da hoch Ja ich hab sie getroffen Der mit seiner Kanone da Das ist natürlich auch geil Kommen wir jetzt gleich da rumgefahren Wo ist er denn hin Was Ich hab mich gekillt Unglaublich Ich hab wahrscheinlich wenig Schaden gemacht Ja wir können mit seinem Er macht recht viel Schaden mit seinen Zweiten Oh wir haben schon gewonnen Gutes Team Gutes Team Muss ich gar nix machen Jawoll Oh ja das war Das war gerade das Gewicht Und ein Heiler natürlich Vernichtet Super geil Merry Christmas to everyone Ja Wünsche ich auch Wünsche ich auch Eingefrorene Gegner Acht Stück Na komm Könnte noch einer drücken Das Team fortfahren Jetzt haben wir ein Komplett Team Von acht mit sechs Leuten So das war ein lustiges Game Full House ja Jetzt könnte es natürlich auch passieren Dass wir komplett Team Gegner bekommen Also jemand Das Team ist fantastic So wenn jemand diesmal wieder wieder rein hat Das ist lustig Also diesmal verteidigen wir ja Aber der kann auch gut verteidigen Jetzt hat jemand anderes Nehmen wir mal den Affen Affen ist auch lustig Heiler Hammer Der ist auch lustig Das ist eine recht große Karte Ach Bomber Bomber Türmchen Was man zusammenbauen kann Kann man auch zerlegen Oh wir haben einen weiteren Zuschauer bekommen Oh dankeschön Könnt es sein dass jemand Gries euch Könnt es sein dass noch jemand aus dem Spiel zuschaut oder Anderer Wir sollten nicht erst hier verteidigen Leute Da wo die Gegner rauskommen Ist am Anfang ein sehr guter Punkt zum Verteidigen Einfach so Weil es so ist Nein was macht die da Ich habe das Geschütz nicht auf Ende 2 bekommen Deswegen Ich sehe den Lebensbeugner Gegner gar nicht Ja den habe ich getötet Das war anscheinlich mein Geschütz mit Team wurde ausgelöscht Und das Gegnerteam Ist ja lustig Verdammt 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 Au Was war das Ah hier da Mist das Ah da ein Lackschott hier ey What Also das komplette Gegnerteam auszulöschen Passieren muss sehr selten Muss ich echt sagen Weil Weil Was einfach so ist Nein Weil man innerhalb von Keine Ahnung 10 Sekunden respawned Und innerhalb von 10 Sekunden das komplette Gegnerteam auszulöschen Schon Ja Alles klar Du kriegst Rüstung Hier Bleibt auch wenigstens so steht Das mein Was soll hin Der bewegt sich nicht Das ist sehr schön Da kommen wir hin Oh Oh Ich bin eingefroren natürlich Was ist der Gegner der das gemacht hat Ich hab' ich das da vergessen. Oh. Jawoll. Das ist mir der ganze Schrott einfach nur hier. Naja, gegen zwei ist ein bisschen schwierig als Thio Björn oder wie der heißt. Hammer gezückt und einsatzbereit. Du hast meinen Dank. Ja, bitteschön. Bringt sie vom Punkt zurück. Verstanden. Mein Ultimate ist bereit. Das ist aber schön. Meins lädt noch auf. Ah, das ist... Ups. So, platzieren wir mal Rüstung für unsere Mitspieler. Ich weiß gar nicht, ob der da nicht angreifen kann, wenn der... wenn der in dem Modus ist. Und was der Schatz reinvielfällt, was der versucht. Diese Schatz z grade mich nicht. Ich weiß nicht, das ist ein Schatz zu sein. Du schatz für dich. Ich weiß nicht, wenn der Schatz für die Schatz ist. Ich weiß nicht. Du schatz für dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du es nicht. Aber torn hast du nicht. Ich weiß doch nicht. Du schatz für dich. die typen hammerblatt gemacht hier das war die aus der haus gekommen ist man die gegner jetzt weiß ich auch warum die sich so anstrengen noch 30 sekunden ja nehmt die rüstung das ganze team lebt von uns die gegner sieht man gar nicht so genau mein schütz ist immer noch da was töten hier ich habe ihn auch erwischt ja ich habe ihn auch erwischt gleichzeitig getötet lustig das geschützt hat ihn erwischt lebe ich wieder nein schützt ist ja weg ist noch mal schnell und die gezogen das geschützt noch da gewesen wäre super gewesen mit ulti aber stört ja nicht so geil die seien wieder zu boah das war ein guter treffer jawohl wie viele leute die platt gemacht hat und die hier am besten auch noch jawohl richtig geile aktion von der ja ich kann kann ich als team stehen ja wir haben keine keine wahl wir sind schon ein team ein spiel denn die spieler denn greifen an aber richtig angreif action machen hier so ja die wieder vielleicht mich aber auch jemand anderes spielen solcher du musst auf die treffen können bin ich immer so der der immer perfekt trifft passt schon was los ich liebe den geschmack den geruch von impuls man nicht so nach morgen das war erstmal für ein emoji einfach mal hinstellen super einfach nur hinstellen also x ist heilung und das ist bestätigen gut zu wissen sprühen macht er hat doch gar kein standardzeichen drin wo habe ich mit anders übersprüht was haben wir da oben da ist der da oben ja wo der wird hier gleich am anfang reinballern ja genau das meinte ich ihr kennt doch das gesetz warum ist da nicht frei ginge generieren hier schon einer ulti und ein vernichtet wunderbar dass man die sieht jetzt hat sie sich weg gemacht hat sie Angst gekriegt ja mach mal ich bräuchte etwas heilung ich brauche heilung kann man da hoch ja da ist nein ok perfekt der ist leicht gehabt mit mir wahrscheinlich weil ich einfach nur rumstand ja aber ich habe nämlich gerade ulti gedrückt in dem moment bin ich gestorben das ist gut ich jetzt noch ulti übrig habe so ich bin da zu stören oh nein hailer voll mit dem ulti rum oh der hat mich weggepufft ist ja super voll gefällt mit dem ulti eh perfekt ich kann ja rennen gut das ist aber schön man bewegt sie es fragt sich nicht weiter ach so die muss hier erst ich bin da ja er hat mich mehr voller wicht mit dem schuss der typ war der genau kopf getrockene glück gehabt wahrscheinlich schießt man den seinen schild ein bisschen das ist weg geht das spiel schießt mich als scheiß geschoss ich dachte ich bin ja schon weg Zeit für ein Juni-Spiel! Zeit, nicht wunderschön! Stoff! Die Waffe ist in der Hand! Das war der erstes Mal weg! Hier hoch! Nee, er will nicht! Da ist er wieder! Jetzt kommt er hoch! Oder auch nicht! Perfekt! Weißt du, immer noch dieses blöde Geschütz? Ist das permanent beschossen jetzt eben? Nee, ein bisschen nur. Schade. Noch 30 Sekunden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich will nicht leben, ey. Komm, mach was! Mach was! Das ist umkämpft! Er ist unschädlich gemacht! Das ist fast tot, ey! Okay! Jetzt wird's massiv! Wollte ich reingezacken. Ich würde gerne respawnen und... Verlängerung. Hier müsste einer in der Nähe bleiben! Oh! Das war's! Niederlage! Verwenden! Na ja! Kann ich immer gewinnen! Hehehe! Highlight des Spiels! Boah! Schön gemacht hier! Ich hab's so schlecht getroffen! Hab 24% des Schadens gemacht! Geil! Uiuiuiui! Nur 8 Kills, ey! Schlecht! Sehr schlecht! Wir haben auch übelst viele Tanks gehabt, die Gegner. Mehr Emotionen! Mehr Emotionen? Wie, von mir? Oh, so ein Scheiß! Meinst du so? Nur 8 Kills! Ja, nur 8 Kills! Und ich hab 7 Tote! Aber es ist positiv! Es ist positiv! Es ist positiv! Ja, also... Das... Was ist so lustig, hä? So! Was haben wir hier? Jetzt verteidigen wir! Torbjörn! Spielen wir den wieder! Hm, die Gegner verlassen, das Match ist nicht gut! Das kommt wieder rein! Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen! Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen! Das ist ein Job für den alten Torbjörn! Ha! Das ist Klärzeichen weit gesetzt! Ich hab' wirklich, wenn ich genau gerade nach oben schießen müsste das Ding wieder hier runterkommen! Oh! Kommt! Ich seh es immer noch! Jetzt kann er nicht unendlich weit fliegen. Da kommt es wieder. Blub. Cool. Das heißt, wenn ich so mache, könnte es passieren, dass es genau beim Gegner landet. Die Gegner wissen nicht, was passiert. Ah, den in meinem Geschütz hier. Hallo. Team. Was war das? Wir sollen die Fracht aufhalten und nicht mit den Gegnern ewig spielen. Mann, 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 Mann. Lustig, wenn ich so mal jemanden killen würde. Nein. Da kommt natürlich der von oben an. Wechseln wir mal ein Helden. Ich würde gerne als die fortfahren. Ich beschütze die Unschuldigen. Ja, das ist super. Wenn es weitergeht, verlieren wir das. Hm, was ist denn so lustig? Ja. Ah, aber ich habe den rein. hat getötet, den Gegnerischen. Das prinzipiell ziemlich gut ist. Weil der war nämlich der, der meistens das Ding vorwärts gebracht hat. Das passiert mir nicht nochmal. Niemand entkommt, der Jägerin. Oi. Jo, 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 jo. Was macht denn der hier? Grünsten hier. ich habe so die von dem einen abgeschossen glaube ich jetzt haben wir schon wieder ein checkpoint wenn es weitergeht verliehen wir wirklich in der luft hat die mich getroffen genau ein lack ich gehe kaputt mit dem raketenwerfer was in der luft zu treffen ist fast unmöglich das ist eure gerechte strafe und den schild erstmal beseitigt auch Out. Oh fuck. Oh, wir haben überlebt. Ich bin fast tot. Heilt mich mal. Nein, hinten. Oh, genau bei mir oben. Darf ich nicht wahr sein, ey. Einen schönen Killstrike gemacht, ey. Aber, aber gut. Ja. Ich habe den Himmels hier. Das ist eure gerechte Strafe. Mein Ziel noch. Hier ist schon wieder Ulti. Mit Ulti hat er gerade. Ich bin tot. Das ist gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss noch eine Minute halten hier. Was? Was getötet? Oh, zwei getötet. Ich bin wieder da. Wieso nur, dass jetzt keine Handy zur Fracht geht. Wunderbar. Vorsicht gegen Verkehr. Stürb, stirb. Ah, der hat die. Mach das wahrscheinlich. nein tötet ihn auch wunderbar wunderbar schöne aktion nämlich die hat hätte der uns fast alle schießen jetzt irgendein tank gestanden hätte werden wir alle gewissen wahrscheinlich nein gut gemacht was team ich hätte die so schön getroffen hätte nicht dieses blöde teil rumgeflogen was hat er noch gerettet nein 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 ich habe das schild von dem zerlegt macht was team warum einmal die gegner von dem ding weg nein 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 ich bin zu spät aber einfach mal hat sich nicht bei den gegnern rein 33 prozent des teams schadens von uns überlegen wir haben sechs spieler bei drei leuten verstehe ich das ja aber wir haben sechs spieler da sind fünfzehn prozent schaden normal schön 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 tempel des anubis sei die karte wählen sie ihren helden spieler denn ein hart für den habe ich auch so einen lustigen spray jetzt einen schönen krug zum trinken von wasser natürlich es geht doch nichts über einen guten kampf das war der hammer angriffspieler wir haben hier was zum rumschießen schwein amazon kisten amazon kisten amazon kisten amazon kisten genau genau oh super gut gegangen so war das für sie mal irgendwo gehen 2 also getroffen Nicht so schlimm. Hier, wir nehmen schon einen Punkt ein. Noch irgendwo Gegner? Leider nicht. Alle tot. Gehen wir auch mal rein, was? Und den hier? Ja. Der hat mich kaputt gemacht. Ich hatte nicht so viel Leben. Wie weit ich einfach nur durch die Gegner durch bin. Aber es hilft beim Team ja auch schon ungemein, wenn der nicht blocken kann. So lustig. Boah, da will die gezogen. Oben muss einer lang. Auch eine Wirklichkeit. Ich hätte es auf den machen müssen. Oder einfach nochmal draufholen, wenn er tot gelösen. Und nicht Ulti ziehen. Und da gucken wir es wohl in die Karte geht. Da gibt es da oben. Das denken wir zu Ende. Ich weiß, dass du nicht blocken kannst. Ich verstecke mich mal hier drin. Der hat einen Tee nicht mitbekommen. Oh, das ist aber schön. Was ist hier los? Ich lebe noch. Nein, nicht mehr. Ich wurde wiederbelebt. Das ist aber schön. Das ist echt in dem komischen Tunnel da. Ich werde niemals aufgeben. Hallo. Hallo. Das war der Hammer. Ich werde mal einen anderen Weg. Und das erwartet er nämlich jetzt nicht hier. Na, ich würde eigentlich losstürmen, aber... Ist okay, wenn ich mit den Zweiten da gespielt habe. Ich habe meinen Gegner zwei weniger... Äh, meinen Mitspieler zwei weniger zu bekämpfen. Währenddessen. Das kann auch schon viel wert sein, wenn man so drei von den Gegnern ablenkt. Sie muss das Team... Ist dann theoretisch vier gegen zwei. Also von unserem Team aus gesehen. Da kann man aufhören gehen. Und platt gemacht. Ganz schön schnell weggerannt. So, heiler, platt gemacht. Ich schicke mich nicht mehr hoch. Komm, macht das Team. Heiler ist tot. Nein, mir. Ja, gewonnen. Wir sind zurückgekehrt. Wir sind zurückgekehrt. Highlight des Spiels. Oh, ich war es nicht. Schade. Ich war nicht der Highlight. Oh, schön hat er es gemacht. Wie auch immer, ja. Hm, 42% des Team-Schadens geheilt. Das ist geil. Das ist geil. So, guck mal, wie Schaden ich geblockt habe. Auch noch 5,8k. Das ist ja richtig wenig. Aber gut, das ist ja auch recht kurzer Modus. Also, 20.000 ist ja schon ein bisschen besser. Always support, support support. Du kannst keiner Gruppe beitreten, die du bereits wolltest. Ja, natürlich nicht. Ich bin ja auch schon in dieser Gruppe. Also, also. Ich spiele mal DBA. Das Übungsgefecht gerade. Ah, ich falle. Oh. Und erledigt. Das nimmt man BVP. Kills. 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 Ah. Den Eichenwalde. Eichenwalde. Wo auch immer das ist. Ich müsste in Deutschland sein, vom Namen her. Ich spreche da sogar richtig aus, Eichenwalde. Achso, es ist ja auch auf Deutsch synchronisiert. Ach. Ah. So, ich spiele mal wieder DBA. In-Game, äh, 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 voice. Machen wir mal hier Optionen. Machen wir's mal an. Eigentlich will ich das ja nicht in-Stream haben, aber mal gucken. Ja, die scheinen ganz nett zu sein. Das ist kein Ort für Kinder. Nee, nennst du hier ein Kind. So, bin ich jetzt in-So, ich muss noch Freunde und Gruppen-Gruppe-Gruppe-Voice-Chat aktivieren. So. Hi. Nein, das geht nicht. Hm. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Hi. So, es könnte jetzt passieren, dass ein paar ängliche Leute da, äh, reinreden. Deutsche dabei? Zerstörung, die die Omnics hier angerichtet haben, erinnert mich an Zuhause. Hörschlafen! So, schauen wir mal. Fünf, vier, drei. Zwei, eins. Hm, das kann man ja hier. Erfetotmachung und alle anderen. Genau, mich sofort wieder erwischt. Also, wenn ich zwischendurch was Englisches reinlabere, dann ist das für mein Team gedacht. Oh nein. Oh, er hat mich mit seinen Impuls-Raketen, bleibt gemacht, das ist wahrscheinlich. Das ist auch noch aus seinem Heil-Ding rausgelaufen. Ja. Hat er auch. Habe ich das richtig gesehen? Gucken wir mal, ob wir aus dem Loch da oben rausfliegen können. Niemand, dann kommt der Jäger hin. Hm, hat geklappt. Und wieder auf dem Loch. Ich würde gerne meinen neuen Panzer-Dings wieder Und da haben wir es wieder So, wo sind die Gegner? Ja, wohl die Oh, was macht der da unten? Wenn man da runter fällt, ist man tot Oh, danke fürs Ziel Wenn jemand da in der Nähe bleiben So Oh Oh Nein Im Grunde gepufft worden von dem einen Was macht der da drin? Der soll lieber draußen hin Und schon wieder tot Aber jetzt sind die das Beste dabei Die cheaten doch Nein, die Gegner Und schon wieder Und schon wieder Und schon wieder Und schon wieder Das ist dieses Mal exaktiviert! Epic! Beide auf! Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Seid gesichtlich. Seid was uns nicht wahr ist. Nee. Oh. Ich hab den Ulti reingedrückt, ey. Was war das? Was war das? Das hat aber schön gemacht. Vierfach kill. Oh sorry, dass ich einen gemacht hab. Wo sind die Gegner? Die können das Ding auch schon beschießen, wenn ich noch nicht drin bin. Deswegen. Oh, hier ist auch mal der gestorben ist. Da muss jemand mitgearbeitet haben. Oh, hier kommt man mitgearbeitet. wieder Ulti? Nee. Richtig 4 Cent. Oh. War ja lustig gerade. Oh, doch wieder Ulti. Werfen wir uns den Schaden. Auf in der APN. Er ist gekillt. 60 Sekunden noch. Eieieieiei. Und der Kegel getötet. I hate den Genji. Dann spielt doch jemand anderes. Nein. Ich hätte wieder in das Ding reingekommen. Nein, nein, nein. Das doch geht nicht hier. Leute. Mal wieder aufräumen, ey. Nein, nein, nein. Das ist doch nicht wahr, ey. Wir haben sie so lange verteidigt, ey. Und dann kommen die an und machen uns Blatt, ey. Mal wieder aufräumen, aufräumen. Ei, 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 ei. Ja, das war gerade eben. Was hat er gehabt, dass der so von dem einen die das lebensding längste killstrike 20 stück und ich habe 25 kills gemacht davon habe ich 20 ohne einmal zu sterben gemacht der typ ja schön hallo 25 kills also wieder full house team ich würde wieder rein hort spielen oder wie der dvp ich habe doch ein tank oder ja geht als tank ein hat ist natürlich auch lustig das hat ja ein lustiges gestörung die die omics hier angerichtet haben erinnert mich an zu hause das ist der süße angriffsphase beginnt in 30 sekunden mach ich noch irgendwas notausstieg defensiven matrix nicht anfangen selbst das ist das gut hallo alle hier 3 2 1 1 2 3 2 Oh nein, Loki hat mich getötet. Einfach so von hinten. Haben sie an, hat mich eingefroren. Ich bin einfach zu jung, um zu sterben, genau. Das Ding hat doch kaputt, ey. Okay. 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 Alright. How are you from? Beautiful. Okay. Yeah. Die Gegner machen das gut. Wahrscheinlich auch ein ganzes Team aber jetzt. Ist schon wieder log hier. Nee war noch. Hm. Wir verlieren das mal wieder. Hat er Leck, ja, hat er auch Leck. Oh, Alter. Wie der das ganze Team gerettet hat. Unglaublich, ey. Wie kommt er mit den Legendär-Skin? Hm. Habe ich den? Ich weiß nicht, ob ich da kurz rumstellen kann. Kann man? Erstmal herzlich willkommen im Stream. Im Stream-Remix. Äh, wegen Support-Mandaten. Äh, weggewissen. Kann man hier eigentlich jetzt umstellen? So Skins und sowas. Hm. Hm. Naja, Helden-Galerie ist so. Reaper, Legendär-Skin habe ich da einen? Skins. Den habe ich. Sind das Legendäre hier? Der sieht cool aus. Kalter Schauer. Kürbiskopf. Reaper, ich habe bisher noch nicht so viel Reaper gespielt. Aber jetzt haben einige Steam verlassen. Fast alle. Hm. Schauen wir doch mal. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich einen Reaper-Legendär-Skin habe. Von daher... Der Gerechtigkeit wird genügend. Wie richtig? Erstmal Brille putzen hier. Was gibt es da zum Glatz? Ups. Ist lustig, wenn man... Ja, gar keine Gegner, ist ja lustig. Stecken die sich irgendwo? Nee, das ist ja hier das alle gleichzeitig. Das ist das alles. Wo ihr kommt? Wir sind sie einfach. Wir sind sie einfach. Wir sind sie. ich bin für die Heilige ich preciate der hätte ich noch keine trocken hier mit den dings ja Ja, mach ich mich rein! Weg da! Und dann mach ich mich rein! Keine Sorgen, Freunde! Ich bin euer Schild! Und kür mich der Temüro! Die Barriere hält nicht ewig! Schnappt euch die Rüste! Ich wollte einfach mal hier aus, wenn er wieder ausgeladen ist. Habe ich es ihm gerettet? Ja. Hat nur mich erwischt. Ich weiß nicht, ob er das genau so wollte, aber... Er hat uns im Visier! Ei, 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 ei! War da rein voll? Nichts getroffen. Ah Mist! Ich will eigentlich mal so einen richtig schönen Nachkunftangriff, was die alle machen, aber... Hat sich schon getötet. Ja, weil der... Und seinen blöden... Wurfstern... Ah, was ist das? Ah, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? ein schild ging nicht mehr rechtzeitig an aber wir haben ordentlich party gemacht seit ganz jährlich hier oder wie auch immer der eis ein punkt nicht das ist unser jetzt bin ich tot ich hätte irgendwo ein lebenssuchen müssen bestimmt ist ja auch nur verlängerung kann auch eine verlängerung verlieren hier gibt es ja wunderbar jähn paketen haben wir zu 0 1 zu 0 was kein festes ding so gleich weiter ich weiß es nicht ach so du Ja, deswegen. Wollte ich schon sagen. So, mal ein paar Nüsse reinhauen hier, bevor das Spiel losgeht. Es sind irgendwie nur zwei geworden. Nee. Das warte mal hier auf den Gegner. Ja, da ist einer. Aber es getötet. Ich wollte noch ein Kill machen. Ah ja. Das Ziel gehört mir, aber ihr dürft dich ruhig begleiten. Was? Nee, ey. Man heilt mich nichts. Niemand war ein Geschütz. Wie auch immer, der das gemacht hat. Wunderbar. Schon mal getroffen. Jetzt steckt mir die Nuss im Hals. So, der Lech. Das war dumm. Ja, da war es zu Ende. Da war es, der. Nein, nicht den Punkt verlieren. Das darf nicht sein. Ah, weiter. Nein. das so mein warum hat mein und die nicht umgehauen die wahrscheinlich nicht richtig ob ich war dann anstand oder so gegner hier bekommt das nicht immer mal links rum diesmal ich bin tot ich habe versucht zu blocken aber der mensch ist so viel ich hab doch nach oben geguckt nein mann jetzt haben die gegner den punkt doch noch bekommen es wäre so unangetasteter punkt und die verlängerung ist vorbei und so ein kerzen das war bestimmt mit dem trommel feuer gut platziert naja das war muss ich mich auch nicht das ist eure gerechte strafe noch ein kill gemacht? Oh ja, das ist gerade so ja auch nicht geschützt kill geschützt kills kill ist es hm hat er mal da noch eins rein als reinhard eine goldmitteilung hat eine lootbox die können wir gleich aufmachen und 20 ep gruppen bonus super 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 kann man doch nicht aufmachen gerade auf spieler was ist denn nehmen wir mal den so unsere gruppe ist zu schade ist nicht so schlimm ok reinhardt haben wir den spiel ich mal den lustigen wie heißt denn so schön granatwerfer junk red ja heute haben wir einen konstanten 30er oder jetzt habe ich gerade einen 30er ping ich weiß gar nicht wie es vorher war 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 ich weiß gar nicht wie es vorher ist aber nicht wie es vorher ist das ist der Zwei, eins, Angriff beginnt. Wir sind die Zielgruppe an. Oh, da bin ich erwischt. Schade. Oh, da sind viele von uns erwischt, ey. Oh nein, nicht in die Ölrichtung. Fuck. Oh, da war das Vorrat. Ich bin schon gewonnen. Das ging ja schnell. Highlight des Spiels. Das war jetzt eben gerade am Anfang. Da hat er mich schon einmal getroffen gehabt. Wie der trifft, ey. Ich stehe noch alle perfekt da. Schön langsam da, ohne uns zu bewegen. Als Team-Fortrag. Hm. 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 So, dann muss ich gleiche Team. Doch nicht. Keine Ahnung. Teilweise. 1,222 und 1,200 AP XP. Hm. 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 Achso. Ja. Also muss ich auf Ja drücken. Weiß. Verlässt das Match? Letztendlich. Nein, ich bin doch noch drin. Ach. Ich dachte schon wieder. Ja, boah. Ich beschütze die Unschuldigen. Freunde, was schreckt ihr noch untäglich rum? Da schreit jemand nach einer Abheilung. Ja. Ja, man sieht sogar in der Animation, dass die Raketenkrieg alles sind. Hier habe ich viele gute Soldaten. Das ist ja geil. Also die Waffen an die Messe und selber. Da sieht man, dass man nur noch so und so viele Raketen hat. Das ist ja geil. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Denkt nur an den Sieg. Verschließt euren Geist vor der Glücklichkeit einer Niederlage. Hm. Was ist das hier? Wo war das da hängt? Hm? Anderer ist weg. So. Hat ja auch lange zugeschaut. Fand ich auch sehr schön. Fliegendes Schiff. 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sieg, Sieg, Sieg und A. Ah! Ah! Achtung! Ah! 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 Gehen wir Supporter? Ja, ja, wohl. Mein Atom ist noch nicht bereit. Zeit, wenn sie nicht fliegt! Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ja! System auf Maximum. Der Punkt ist nicht mehr zu tun. Der Punkt ist nicht mehr zu tun. Die Strämpfer sind nicht mehr zu tun. Der Punkt ist nicht mehr zu tun. Das ist eure gerechte Strafe! Das ist eine große Herausforderung! Schnapp noch die Arrestung! Arigato yo! Die Arrestung greift zu! Noch 60 Sekunden. Und gleich! Zwölfer Killstriker, ich hab lange nichts gesagt, eben aber... ...ziemlich lange ziemlich graviert dann bei oben, ey! Boah, der war das von dort! Drängt sie zurück! Nimmst die Rüstung! Schnell! Ich weiß, Sie müssen das auch nur verteidigen. Alles gut! Knappt euch die Rüstung! Noch 10 Sekunden. Nur noch ein bisschen! Gebt alles! Lief doch! Lief doch! Och! Mann, 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 Mann! Ja! Soll ich mal! Ich hab mal reich, was anhalten und fern mal ein paar Mal! Kann ich machen, warum denn? Hallo! Ja, warum denn? Okay! Also, ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Stream. Ist ja auch recht lang schon, 2 Stunden und 45 Minuten. Willkommen in Hollywood! Willkommen in Hollywood! Match verlassen! Ja! Und ich würde sagen, wir machen natürlich noch eine Lootbox auf! Habe ich ja verbrauchen! Habe ich ja verbrauchen! Gut, da kommt was! Ich dachte schon, das wäre was super-episches, aber es ist nur, in Anführungszeichen, nur mal Credits! Aber gut! Hier waren das! Epische 150 Credits! Ja, 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 ja! Gut! Dann, wie gesagt, war's das erstmal für diesen Stream! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Lasst mir doch einen Daumen und Abo da und so weiter und so fort! Ansonsten, bis bald! Euer Stein!